hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von rocket league und ja wir haben wir seht neue news auf jeden fall und ich werde das jetzt einfach so von der webseite da ablesen der wo man da hinkommt gleich auf der playstation denn irgendwie gibt es noch dazu keine bilder ist aber auch klar und ja es geht um den frühling 2018 besser gesagt wie es halt bis in den frühling auch schon mit updates und da sehen wir schon im februar natürlich die saison 7 und die belohnung für saison 6 eine neue kiste und die fan rewards also neue und tournaments beta das sehen wir hier unten schon das kommt dann im märz für alle würde ich sagen was ich so aus dem ds hier entnehme also was ich aus dem update schon entnehme für märz das sehen wir auch da unten spring update tournaments so da ja das ist aber dann da ein beta feature und ich glaube auch nur für steam leute wenn ich das jetzt so richtig lesen kann und übersetzen kann ja dann das weiß ich noch nicht so ganz was das bedeuten sollen aber ich glaube das ist dann das ist einfach ein turnier für leute also wo man halt jemanden eliminieren muss also man spielt wahrscheinlich mit einem man sucht sich halt einen partner aus und spielt halt glaube ich im zweier modus gegen ein gegeneinander und kommt dann weiter ich glaube das ist mit elimination tournaments zu meinen ja das würde ich jetzt mal sagen dann ja dann kommen halt noch fixes und dann kommen halt noch bessere einladungen dazu natürlich und man kann dann halt also das ist jetzt dann für märz und april und ja man kann einfach es schaut dann einfach alles schön aus und das läuft flüssiger und wo ist ich da noch ja die qualitätsinfo also die ping anzeige wird besser dargestellt und dann haben wir halt hier noch den performance mode oder den quality mode ja wo es halt ganz klar ist da beim quality mode hast du halt eine schönere hast du halt eine schönere grafik aber dafür 30 fps nur und beim performance mode ist halt dann 60 fps das gilt jetzt für ein handheld ich nehme an das nehmen sie an für die psp oder also wenn du das streamst auf jeden fall glaube ich das meinen sie damit also auf dem smartphone oder so was ja und dann für april oder weiter in die zukunft die angekündigten cross-plattformen dass man das zusammen machen will endlich ja und dann noch das was mich sehr freut wo ich sehr sehr glücklich bin sie wollen xp wieder relevant machen weil ja es ist es bringt sich eigentlich nichts wenn du rocketer bist oder anfänger außer dass du die erfahrung hast die erfahrung kannst du dir aber auch entschieden durch den bug was ich dir was ich schon einmal ein video drüber gemacht habe ja dann wollen sie halt noch dass du nach dem spiel diese schlüssel detektoren bekommst halt diese krypto dinge ja und die sollen halt dann wahrscheinlich auch wieder unterspar sein die dinge was du daraus bekommst ja wollen halt machen dass nicht mehr so viele meckern wahrscheinlich weil sie geld ausgeben müssen für kisten ist mir auch eigentlich egal ich finanziere das gerne den e-sport das wird ja immer angeschrieben das ganze geld geht halt also das geld geht halt in den e-sport bereich in den preistopfen das finde ich okay ja dann halt noch neue banner und sonstigen blödsinn wenn du ein höheres level erreichst neuerinnen und ja neues feature wow und xbox one x support später für 2018 ja da gehen wir schon mal dann ins erste spiel ich weiß noch nicht was es werden wird schauen wir mal so und wir sind jetzt hier im rumble modus und wir machen gleich mal den hier schön nach vorne ja wer sich über die kamera einstellung wundert ich bin noch immer am experimentieren die folge hat doch nicht gepasst ja ein schwieriges thema die kamera einstellung man findet aber auch nicht wirklich irgendwo das ist meiner den magneten den magneten kommen nein der geht direkt ich hoffe du bist da nein nein alter alter nein was war denn das das ist ja so richtig traurig nein aber ok eins zu eins und geht eigentlich also wo kann man das aufholen in die mitte es ist funny not funny oder der kann nicht zielen ok normalerweise ist es immer ein safe ist da wenn jemand ja auf das dem boxern tour aufs tor für versucht zu bekommen falsche richtung ich hätte in die andere richtung machen müssen aber er hat ja den saugknopf gehabt nicht mit mir nicht mit mir und er geht richtung tor ja schön abgewehrt obwohl was man was hatte mein med vor zu machen überhaupt komische aktion ja wirbeln wir mal herum das war nicht schlecht mit dem saugknopf danke ich wurde zerstört hätte mich nicht anders gewundert in der aufnahme den ball nehme ich mir war das der knapp überhaupt mit dem saugknopf so wahnsinnig ich glaube nicht dass hier niemand von uns ich mal alter schwede war das ein blödes eigentor ich habe nicht damit gerechnet dass er wirklich den saugknopf hat aber hey ich brauche nicht mal ein item ich mache den ausgleich so so jetzt schauen wir mal ob es in die verlängerung geht oder nicht nein oh gott ich hoffe mein mate macht was hey hey der steht nur noch mal da oder was alter schwede ernsthaft nee das sind wirklich das ist mate luck vom feinsten habe ich nicht irgendwas so im letzten let's play gesagt oder sowas na wenigstens werden sie hier vom boss ersetzt sind die bots meistens nützlich als die spieler überhaupt obwohl ich habe ja schon zwei bots was was junge wieso das wann ist denn das passiert da fliegst du ein bisschen ne egal dann haben wir halt das verloren ist jetzt nicht so schlimm für das dass ich alleine war am ende ist das gar nicht so schlecht ich hoffe es hat euch gefallen das kleine let's play und dieses info ding also ich hoffe ich habe das ziemlich gut übersetzen übersetzen können und ja damit ist es auch eigentlich schon getan und ja vergesst halt nicht ein like da zu lassen und ein abo da zu lassen würde mich freuen aktiviert die glocke und ja verbreitet das video wenn es euch gefallen hat und da bleibt mir nichts zu sagen sondern nur noch einen schönen tag noch und tschüss